hallo und willkommen zurück zu diablo 2 resurrected ja heute stellen wir uns diablo los geht's ok das wird jetzt glaube ich kein kinderspiel was braucht ihr ich brauche auf jeden fall statt portale er ist auf vorrat der macht ordentlich schaden jetzt gucken wir mal wie weit wir jetzt kommen ich habe mich aufgepasst der war ja schon dauern kollege du musst mir helfen ja super wie fies waren das jetzt bitte danke fürs gespräch das wird glaube ich ein etwas längerer kampf das das ja 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 Ich glaube ich darf, ich hätte glaube ich noch nicht so weit hier laufen sollen, bis jetzt kurz vor Schluss, weil ich immer noch so ein niedriger Level habe. Aber egal, wir müssen halt das Blut durch. Geht nicht danach. Kohle haben wir ja noch. Was braucht ihr? Ich glaube ich nehme mir noch ein paar Heiltrinke mit. So, Stadtportal, wie sieht es da aus? Vier, nehmen wir noch mal ein paar mit. Das wird jetzt kein Zucker schlecken, das sage ich euch. Ich hoffe, dass die Folge dann auch nicht allzu lange geht. Weil der Kampf scheint schon... Ich glaube, der ist draufgegangen. Kann das sein. Jo. Nein! So. Du kleine Sau. Nein, du tustest mich jetzt nicht. Boah. Nicht in der Stadt. Seid gegrüßt. Ist schon wieder gestorben. Ja. Ich glaube, wer hat man nicht mal annähernd die Hälfte von dem abgezogen. Ich glaube, wenn wir nicht mal annähernd die Hälfte von dem abgezogen werden, Mann. Ich finde eigentlich, ist gut, wieso. Was macht eigentlich die Kohle? Oh, warum denn nicht? Geht das nicht einfacher? Ist das nicht der Ernste da? Das ist nicht der Ernste. Was braucht ihr? Gut, wollen wir weiter. Nein, ich will sterben. Hau ab. Das macht nämlich ordentlich Schaden. Seid gegrüßt. Alter, was geht denn mit dem ab, ey? Der zerstört ihn zu schnell. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Ich brauche Mana. Ach, die Hälfte haben wir, glaube ich, ist so bald. Wenn wir jetzt so weitergehen, müssen wir es auf zwei Sessions machen, ey. Sieben. Das ist schon wieder down. Das gibt's doch nicht. Lebt doch mal ein bisschen länger jetzt. Was? 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 Ikennium. Was? Beg. Ich bin. Geh. Ich bin. Wirken. Ich bin. Wirken. Ich bin. Nein, 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 nein. Seid gegrüßt. Gut, einmal gehen wir noch rein. Und dann machen wir noch eine Folge. Da wäre ich hier fast sogar noch draufgegangen. Alter Falter. Gut. Ja, bleibt ja wohl auch nichts anderes übrig, als es aufzusplitten. Ähm. Ich werde dann offline den noch ein bisschen runterhauen. Und dann sehen wir uns dann kurz bevor er stirbt. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.